wir haben eine wurfbox gebaut und jetzt hat sie ziemlich lange gebraucht bis sie da rein und außerdem hat man sich ein pony geschnitten und und jetzt hat sie ziemlich lange gebraucht bis sie da drin ist und ähm das ist sie nicht, da ist Cleo, guten Morgen die ist jetzt wirklich komplett man sieht es auch krass ich glaube die ist schon richtig fertig also so lang geht es nicht mehr wir rechnen damit dass sie so circa in der Woche anderthalb ihrer Babys bekommt aber ich glaube nicht dass es so lange geht guck mal wie schön, du bist so fein, guck mal wie fein na, alles klar man kann die auch fühlen, das ist total toll, wenn man die so im Arm hat dann fühlt man sie wie treten also echt spannend, sie sind ungefähr fünf oder? was hast du? ja, fünf oder sechs hat der Kind jetzt gesagt, ja guten tag was gibt's? so, wir gehen jetzt zum Friseur und davor muss man halt einen Corona Test machen hast du einen gemacht? nee, ich muss dir immer noch die Füße komm äh, bei dir auch? er will auch komm, komm jetzt, Zunge raus die Cara, die macht jetzt einen Corona Test nein willst du das in der Nase machen oder im Rachen? warum sollte ich jetzt einen Corona Test machen? die geht doch nicht zum Friseur die macht jetzt trotzdem ein nein, die geht ja nicht zum Friseur alles für Fame und Klicks, Mutter ach so, okay, mach einen Corona Test dann ist er positiv mit richtigem Ergebnis, ne? also wenn das Ergebnis positiv ist, dann... wir machen dann so... ich glaub da kommt ein zweites Stück na dann, Papa, gib mir mal ein, ich mach ihn im Rachen aber und dann so, wenn ihr das Ergebnis sehen wollt, dann geht auf unser Instagram nein, also, es ist wirklich so, ich verlinke euch unser Instagram mal unten in der Infobox und gerne uns mal da folgen, da kommen immer ein paar Stories wo wir grad sind, was wir grad so machen so, soll ich mir das Teil in die Nase schieben oder in den Mund? das ist okay in die Büro also muss ich die Tür aufstehen okay wenn ihr das sehen wollt, dann geht auf die Seite Alter, jetzt reicht's aber äh, äh, hallo ist es genauer? also meiner, ich bin für Nase ich steck's ja ganz tief gib's dir in die Nase, komm gib's dir nee, Papa guck hin, Mama guck hin jetzt mach rein, ganz rein geht nicht das muss ich mir übergeben welches Namen noch hab ich jetzt? äh ganz tief hopp Cara tiefer der Strich ist noch nicht ganz drinne da ist ein Hohlraum dahinter oh Gott, ihr seid so froh das ist hier hier sind doch nicht Hohlraum ja, bei ihr ist Hohlraum bei ihr ist nicht Müppchen es geht man kann's ertragen es ist halt unangenehm ne, es geht nicht doch hast du grad gesehen, es geht ich hab's probiert, es geht gar nicht den Mund auf den Mund auf Alter, was gibt's denn jetzt auf? Mama alles gut? wir müssen den Corona Test machen, wenn wir ja, warte, ich weiß, wir müssen kurz den Hohlraum ok, ich muss jetzt auch einen machen ok was machst du? in der Nase ganz tief warum machst du's denn nicht in der Nase? ihr seid alles Weicheier außer Flur oh kannst du es mal Zunge raus Zunge raus 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 die Zunge das ist das Widerlichste was wir wollen das ist das Widerlichste was wir wollen jetzt sind wir Sörbeln? das war doch gar nicht schlimm Alter Alter so, die Katze will wohl auch einen PCR Test machen was will die beim Friseur sagen? heißt das PCR Test? heißt das so? die ist doch schon keine Ahnung nicht, 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 nicht wie geht's den Babys? Schucki? was will die Katze beim Friseur? zieh dir an die Klatze neu machen ah Klatze raus nix sagen nix sagen das Zessergebnis vom Papa ist fertig ja, das braucht immer zu spät geht's los an, Mama? uuuuuh wenn man heutzutage zum Friseur gehen will das ist so süß die ist so süß na, was denk ich? sind wir gesund? ja ich glaub auch nein, das zeigt dir jetzt glaub ich auch von mir ne, das zeigt nur einen Strich an aber das müssen wir kurz noch warten ja jetzt sind ja alles Tests drin ich glaub es sind insgesamt acht oder so ja gute Arbeit hast du geleistet Papa immer immer immer, ja ich wär mal zum Friseur heutzutage es ist so krass ich muss mir jetzt mit dem Friseur ja guck mal ja ich glaub ich glaub ich glaub Was möchtest du machen? Ich möchte Schulzahler hier die Haare schnappen. Wo? Schulzahler machen. Ja? Ja. Ich lasse meine Haare eigentlich so wie sie sind. Da Soma und Opa. Rufel, Tana und meine Mama. Mama! Hallo! So blöd mit dieser Maske dann hat man überhaupt keine. Ich verstehe bestimmt kein Wort später. Das kann sein. Ich lass mich nicht. Es good. Angst interestingensstäbeln. Ich schaffe mich und wie mich einfach meistens wach. Und der Haare müssen gefühlt eine Stunde gefüllt werden. Du darfst auch einen Waschbecken. Ohne Waschen. Willst du ohne Waschen, warte mal. Nein, nein, mit Waschen. Wir müssen schon mal waschen, das geht nicht ohne Waschen. Warum? Oh, dann fäng dich mal. Fäng dir noch waschen. Nein, ich bin mal an den Füßen hier zu klein. Und ich noch nicht. Sag mal, ich mag gern noch waschen. So, was? Ich bin nicht. Sechs. Sechs? Oh. So, jetzt kommst du. Komm in den. Komm, komm in den. So, jetzt komm in den. So, gleich so, ja? Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Was macht man da? Ja, wie ist das? Wie ist das? Ich triffe. Du passt nicht da. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen, komm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Na, kommst du nicht. Na, kommst du nicht. Na, kommst du nicht da? Aber da muss ich mein Name waschen, und ich hab mich da. Ja, ja. Ich gehst du nicht gleich. Was willst du nicht mehr? Nein, ich will nicht mehr. Na, wir haben doch letztlichs auch gut geht. Aber nicht einschauen. Das ist wie so ne Massage. Hä? Das ist wie so ne Massage. Ja, ja, ja. Ich zieh aus wie so Rapunzel mit schwarzen Haaren. Ich zieh aus wie so Rapunzel mit schwarzen Haaren. Meine Maske ist voll nass geworden. Was? Ich darf schon mal eine Schrift noch nicht machen. Die Haare? Jetzt machen wir die auch aufschneiden. Jawohl. Bei mir unbedingt, ja. Fast schon ein bisschen lang, ja. Komplett lang. Lass sie doch. Einfach so. Ja. 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 Miley? 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 Ja. Alles klar? Fast wie Urlaub, oder? Ja. Mal schön wieder. Keine Jogginghose anzuhaben und mal draußen zu sein. Ja. Aber ich hätte ihn so mega schön geworden. Mega viel. Also er hat nicht viel weg gemacht, nur das Bliss und sowas halt. Marlena, zeig dir mal! Komm, schau mal hier oben! Jetzt nimmst du nicht auf! So wie Papa, nein! So, so! Du willst, prinzipiell, schon lang haben, oder? So wie Papa, so lang! Nein, nein, so wie Mama! Irgendwie steckt Pony an, oder? Hast du Pony? Meine kleinen Ponys? Längere Pony, Mama! Wie fühlst du dich? Toll! Ist du besser? Ja! Die war zu langweilig, alle gerade, oder? Ja! Ciao! Ja, Papa! Vielen Dank. Vielen Dank.